Benvenuti im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einem ganz besonderen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sind und möchte ganz besonders herzlich begrüßen neben Ihnen einmal Christina Di Giorgio, die Leiterin des Italienischen Kulturinstituts. Auch das ist leider gleich mit einem ganz großen Wehmutstropfen verbunden, weil das heute Ihr letzter Abend ist, da das Italienische Kulturinstitut in Frankfurt leider schließen wird Ende des Monats. Und ja, ich kann gar nicht sagen, wie traurig ich bin, dass Sie weggeht, aber Sie wird später sich noch verabschieden. Dann begrüße ich sehr herzlich Ottavia Nicolini, da sitzt sie, die Tochter des 2012 verstorbenen berühmten Architekten und ehemaligen römischen Kulturdezernenten und Erfinder des Estate Romana des römischen Sommers, Renato Nicolini. Herzlich willkommen. Dann Anna Campanile, die Übersetzerin und Moderatorin, hier sitzt sie, die wird Sie heute Abend noch weiter begleiten. Und last but not least, den Stadt- und Landschaftsplaner Nicolo Bassetti. Herzlich willkommen. Nikolo Bassetti ist Initiator des Projekts Sago Graf und ja, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie heute hier sind, auch wenn Sie mich gerade nicht verstehen können. Und ja, es ist eine große Ehre. Am Abschlussabend der diesjährigen Frankfurter Buchmesse bringen wir noch einmal zwei Dinge zusammen, die in wechselvolle Beziehungen, aber trotzdem sehr schön zusammengehören, nämlich Buch und Film. Und eigentlich auch viel mehr, denn Sago Gra, den Film, den wir heute zeigen, ist nicht nur ein Film, er ist viel mehr, ist ein Projekt, eine Ausstellung, ein Buch und eigentlich noch viel mehr, als man tatsächlich auch in ein Projekt fassen kann. Aber darüber werden wir nachher noch ausführlicher hören. Zunächst also mit dem Film anzufangen. Gianfranco Rossi, der Regisseur von Sago Graf, der als erster Dokumentarfilm auf dem Filmfestival in Venedig den großen Preis gewonnen hat. Das ist noch nie vorgekommen und wirklich eine ganz, ganz große Besonderheit, er hat den Goldenen Löwen gewonnen. Dieser Film basiert eben auf der Idee von Niccolò Bassetti. Die Idee schon, die existiert schon sehr viel länger. Es gibt ein Buch, das bis dato erst auf Italienisch erschienen ist, hoffentlich auch bald auf Deutsch, das Sie übrigens oben an der Kasse käuflich erwerben können. Und in diesem Buch und in diesem Projekt und auch in diesem Film werden die Menschen, die rund um den Sacro Graf, um den Grande Riccardo Anulare, der die italienische Hauptstadt, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, der die italienische Hauptstadt 70 Kilometer, auf einer Länge von 70 Kilometer umkreist, porträtieren. In dem Buch und in dem Projekt sind natürlich sehr viel mehr Menschen involviert und porträtiert, als wir das jetzt gleich in dem Film sehen werden. Aber insofern rate ich Ihnen sehr, das Buch sich zu kaufen und zu lesen. Aus einer Wanderung rund um den Sacro Graf entstand dieses Projekt. Es gibt auch einen Kurzfilm, der Tanti Futuri Possibile heißt, der wiederum vor dem Film entstanden ist. Es ist eine Art Vorstudie zu dem Film Sacro Graf, in dem Niccolo Bassetti zusammen mit Renato Nicolini um den Sacro Graf nochmal fährt. Und diesen Film werden wir auch nochmal hier zu sehen bekommen. Denn wir zeigen Sacro Graf noch einmal bei Versa Sud, bei unserem italienischen Filmfestival, das in diesem Jahr das 20. Jubiläum feiert und vom 29. November bis zum 10. Dezember stattfindet. Und da werden wir diesen Kurzfilm nochmal zeigen, worüber ich mich sehr freue. Ja, Sacro Graf, wie gesagt, es ist ein großes Projekt. Und gestern wurde in Frankfurt schon eine Podiumsdiskussion veranstaltet, wo all diese Fragen, die sich rund um, was heißt Stadtentwicklung, wie kann sich die Stadt verwandeln, wohin geht die Großstadt, wie kann man eine Großstadt und ihre Fischichtigkeit porträtieren, diskutiert worden sind. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir zum einen am Anfang nochmal kurz von Niccolo Bassetti und Nicola Ottavia darüber hören, wie dieses Projekt überhaupt entstanden ist. Wir zeigen dann Sacro Graf, den Film und im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und mit allen, die hier da sind, über den Film und über das Projekt zu diskutieren. Jetzt aber möchte ich nochmal an Christina Di Giorgio übergeben und wünsche Ihnen einen sehr vergnüglichen Abend und nochmal den Hinweis, dass es oben an der Kasse das Buch zu kaufen gibt. Ja, guten Abend. Ich spreche auf Deutsch, aber ich habe nicht geschrieben, so ich frage Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, aber ich wollte etwas emotionell sagen, so mit einem Blatt war nicht so gut. Aber vorher wollte ich etwas über Niccolo Bassetti, etwas mehr sagen. Denn er ist nicht Stadtplaner, sondern, er hat gesagt, Landschaftplaner. Ich habe nicht verstanden, was der Unterschied ist, aber er ist Landschaftplaner. Und, das ist wichtig, Stadterforscher oder Stadtentwickler. Das bedeutete in Englisch Urban Explorer. Und Niccolo Bassetti wird etwas darüber auch sagen. Und ich wollte auch vielen Dank an das Deutsches Filmmuseum und an Monika Haas sagen, für die nicht gute, sondern wunderbare Zusammenarbeit. Wir sind letztes Jahr kennengelernt und wir haben sofort diese guten Feelings gehabt. Und sofort, wir haben über diese Veranstaltung gearbeitet. Es ist nicht gut, sondern wunderbare Zusammenarbeit. Und wie Sie haben gerade gehört, das Italienische Kulturinstitut leider am Ende Oktober schließt. Aber die italienische Kultur hier in Deutschland wird von Italienisches Kulturinstitut Köln in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat weitergeführt. Aber für mich persönlich, diese ist meine letzte Veranstaltung hier in Frankfurt. Es ist etwas traurig für mich, weil für mich Frankfurt sehr wichtig ist. Ich habe sofort hier in Frankfurt Freunde getroffen, Zuneigung, eine gute Zusammenarbeit, wunderbare Publikum. Ich wollte Ihnen ein großes Danke sagen. Vielen, vielen Dank und übernehmen nun das Wort an Nicola Basetti und Tava Nicolini und Tana Campanile. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend. Ich bin sehr glücklich hier zu sein in einem solchen interessanten und aufregenden Kontext. Über den Film möchte ich nichts sagen. Wir werden gemeinsam danach darüber diskutieren. Spendo qualche parola per presentarvi il progetto Sacro Grat, di cui abbiamo già presentato le persone che mi precedevano. Il laboratorio di narrazione di cui il Film fa parte, insieme al libro, a un reading sperimentale di 30 minuti e a un sito web, a una mostra in via di realizzazione. Ein paar Worte möchte ich doch darüber verlieren, um das Projekt vom Heiligen Gra vorzustellen. Der Film gehört zu diesem Projekt, genauso wie das Buch, eine experimentelle 30-minütige Lesung, eine Webseite und eine Ausstellung, die gerade realisiert wird. Posso dire che all'origine di tutto c'è soprattutto un'emozione molto profonda e che alle emozioni questo progetto è rimasto sempre fedele, senza mai allontanarsene. Anzi, dirò di più, alle emozioni il progetto Sacro Grat deve davvero tutto. Ich kann sagen, dass am Anfang einen sehr tiefgreifenden emozionalen Beweggrund steht. Dieses Projekt ist den Emotionen treu geblieben, ohne sich je davon zu distanzieren. Und noch mehr, den Emotionen verdankt das Projekt alles. Questa avventura nasce dal mistero che si respira in Terra di raccordo. È un senso di città unico, forte, spaisante, ultramoderno e ultraantico. Dieses Abenteuer ist dem geheimnisvollen Entlehnt, das man in diesem sogenannten Übergangsland, Terra di raccordo, findet, ein sehr starkes, einzigartiges Gefühl von Stadt, ein Gefühl, das unheimlich ist, sehr modern und zugleich archaisch. La conseguenza di tutto ciò è il bisogno irrefrenabile, che mi ha preso, di raccontare una comunità urbana di cui non è riconosciuta l'esistenza. Di cui non esiste una narrazione e che anzi è stata vittima di una rimozione, ed è vittima di una rimozione collettiva. L'unico modo è stato quello di perdersi. Die Folge ist das unaufhaltsame Bedürfnis einer urbane Gemeinschaft nachzuerzählen, deren Existenz nicht anerkannt ist. Davon existiert keine Erzählung. Mehr noch, diese Gemeinschaft ist Opfer einer allgemeinen Verdrängung. Die einzige Möglichkeit davon zu berichten ist sich darin zu verirren, zu verlieren. Ho seguito due stelle durante le esplorazioni per orientarmi. La prima è un libro, un capolavoro assoluto, si chiama Le città invisibili di Italo Calvino, che ho sempre portato con me e che riusciva a darmi sempre l'energia visionaria necessaria. Mi piace fare una citazione di una frase da questo bellissimo libro. La città di cui dicono ha molto di quel che ci vuole per esistere, mentre la città che esiste al suo posto esiste meno. Ich versuche es, das ist jetzt nicht ein originales Zitat. Die Stadt, also Calvino zusammengefasst, die Stadt, wovon man erzählt, hat sehr viel von dem, was man braucht, um zu existieren. Im Gegensatz dazu, die Stadt, die stattdessen in Wirklichkeit ist, esistiert weniger. Faccio una piccola digressione. In sostanza, quello che vuole dire Calvino è la città che ci raccontano ha tutto quello che serve per essere, per esistere, mentre la città vera non esiste, quindi bisogna raccontarla. La seconda stella che ho seguito è Renato Nicolini, grande, grandissima figura pubblica, assessore alla cultura a Roma nei primi anni Ottanta, inventore delle Stati Romane, che hanno fatto scuole in Italia, durante le quali tutta la città, tutta Roma diventava un grande teatro. Der zweite Stern, dem ich gefolgt bin, ist Renato Nicolini, große öffentliche Person, Persönlichkeit, kulturdezernente in Rom, am Anfang der 80er Jahre, Erfinder der sogenannten römischen Nächte, währenddessen die ganze Stadt wie zu einem einzigen Theater wurde. Faccio un'altra piccola digressione. L'unico documento che ho trovato sul raccordo è stato proprio un saggio di Renato, che dice, Si chiama Una macchina celibe. Das heißt Es ist eine ledige Maschine, also eine... E dice, Il grande raccordo anulare è stato costruito per organizzare la città. Also, die Stadtautobahn ist geboren worden um die Stadt zu organisieren. Ma in realtà è una forma di censura delle contraddizioni della città stessa. Der widersprüche der Stadt selbst. Ecco, queste due stelle, Calvino e Nicolini, mi hanno fatto partire a piedi sul raccordo. Also, diese zwei stelle, Calvino e Nicolini, mi hanno fatto per rinforzare a fuori e a fare questa erfarenza. Ecco, l'assunzione di rischio che mi sono preso è stata quella di puntare tutto sulla ricerca della quotidianità e delle consuetudini. Also, la scuola che ho preso a me era di una sorta di erforsione dell'alltäglichkeit e delle gewohnheiten sulla poetica dei piccoli gesti dell'habitare. Also, la poetica dei piccoli gesti dell'habitare. La sfida è stata mettersi al servizio di quei gesti. Also, la Herausforderung era di sich diesen piccoli gesti zu widmen cercando di raccontarne l'essenza, l'universalità, le emozioni e l'harmonia. Und ich habe versucht die quintessenz, das universelle, das emozionale, das harmonische. Allo stesso modo, in cui si cerca il silenzio in una partitura musicale. In Italia si dice non si da musica senza silenzio. In Italien sagt man es gibt keine musica ohne stille. e il silenzio e il territorio post-metropolitano tende a ignorare il silenzio. Und das Land, also die Stadt, die nachter Stadt, also diese post-städtische Landschaft ignoriert eigentlich die stille. Difficilmente dona pause, luoghi che ci permettono di sostare. sehr selten gibt uns pausen, orte wo wir einfach innehalten können che ci consentono di raccoglierci nell'abitare attraverso il linguaggio di questi piccoli gesti. Die uns ermöglichen innezuhalten in diesem wohnen in der Sprache der kleinen Gesten. Il territorio che abbiamo esplorato, che ho esplorato nel viaggio è un territorio che non conosce le distanze. Das Land das ich erforscht, das wir erforscht haben ist ein Land das keine distanz kennt, ein Land das nicht die erfahrung der überquering kennt. Die distanze sind sein feind. Ogni luogo incontrato durante i 300 km a piedi alle orte oder jeder ort den ich in diesen 300 km die ich zu fuß gegangen bin kennengelernt haben hat in mich eine Art entwurzelung provoziert. hat ein ein emozion die velocität annuller. Also eine Art entwurzelung, eine Erfahrung die schnelligkeit zunichte macht oder die schnelligkeit annulliert oder zunichte machen oder auf jeden Fall verwandelt in jedem Fall eine Art Szenen wechselnd anbietend. Osservati con lentezza questi luoghi strappati Also wenn wir diese orte mit langsamkeit betrachten strappati uno dall'altro sembrano destinati ad accartocciarsi Also diese orte sind wie voneinander gerissen wie papier und die sind wie die müssen wieder zusammen geknullt werden. A perdere intensität fino a trasformarsi in null altro che in un passaggio. Und sollen an intensität verlieren sich so verwandeln dass sie nichts anderes mehr sind als nur ein übergang. Ok. Direi che finisco con solo una piccola altra considerazione che è questa che facciamo da qua che è così ecco nel 2009 quindi sono partito a piedi quindi sono stato in giro 20 giorni 2009 bin ich endlich zu fuß los gegangen also ich will enden mit dieser beschreibung projekte è stato come affrontare un mostro es war wie mit einem monster zu kämpfen un mostro che però non ho ucciso ma ho conosciuto e imparato ad amare das monster das ich nicht umgebracht habe sondern das ich kenn und lieben gelernt habe buon film ich möchte trotzdem ganz kurz jetzt das Wort Ottavia Nicolini geben sie wird sie wird jetzt glaube ich auf Deutsch ho dimenticato di presentare Ottavia ma è sempre talmente vicina a me che non ich habe vergessen Ottavia zu vorzustellen aber sie ist mir so nah deswegen also ich werde auch versuchen auf Deutsch zu reden weil Anna Campanile schon ein bisschen erschöpft war mit der ganze Übersetzung und also liebes Publikum ich muss ehrlich sein ich freue mich ganz viel dass sie heute gekommen sind und dass ich und und dass wir so den film sakrograd heute hier in frankfurt sehen können als das film sakrograd ein goldenes leben in venedig bekommen hat hatte ich mir immer gewünscht hier den film zu sehen weil für mich wäre auch so aus persönlicher grund so in art und weise mein papa hier in der stadt wieder zu haben also ich wohne in frankfurt seit sieben jahre und mein papa war hier nicht zu heute so ein besonderer tag vielleicht lassen wir zwei wörter über renato nicolini sagen wer er war und was er für rom getan hat es ist immer wenn man migriert ganz viele sachen die man kennt sind plötzlich weg und man muss ab und zu die sachen wieder erzählen damit alle wissen was war und mein papa war arkitekt er wurde ganz jung mit 35 jahren kulturdezernat der stadt rom angerufen mitte der 70er jahre bis mitte der 80er jahre und er hat so ganz viel politische kultur also er hat eine ganz besondere politische kultur entwickelt in der stadt an campanilla übersetzt römische nächte ab und zu man sagt römische sommer also auf italienisch ist diese estate romana man kennt aber nicht richtig genau was war glaube ich also man muss sich so vorstellen dass wir waren in rom Mitte der 70er jahre und der stadt war so erschöpft weil damals so auch in italien ganz viele politische konflikte waren also die terrorismus war sehr streng und auch der stadt es ist ganz anders als die stadt das wir jetzt sehen werden weil also rom war kleiner als heute und damals war so die zentrum ganz wichtig von dem stadt und aber auch die leute die in der peripherie roms gelebt haben waren nie einmal im zentrum also die der stadt war ganz geteilt also zentrum waren die intellektuellen und dann in der peripherie waren andere leute und da war keine kommunikation zwischen die beiden schritte und durch diese römische sommer das waren so sagen wir so Kultur Veranstaltungen war damals ganz viel Theater aber auch ganz viele öffentliche Kino Vorführungen sind ganz viele Leute endlich in zentrum gekommen und da hat die Stadt ganz verändert also die Kultur würde sagen wir so für alle zugreiflich zugänglich und also ich selbst bin in diesen Jahren geboren das heisst ich kann nur erzählen was ich schon von Erzählung bekommen habe aber so weit als ich verstanden habe diese Erfahrung hat echt die image gewechselt heute aber sind wir hier um den Sakukra zu sprechen und was ich glaube also sehr wichtig ist dass Nicolò Bassetti also das ganze Projekt hat drei Jahre gedauert und mein Papa hat einen kleinen Teil damit gemacht weil am Anfang Nicolò Bassetti und Gianfranco Rossi haben gedacht wir brauchen so jemand die so die ganze Teil von dieser Akkord Anulare zusammen führt und mein Papa war damals eine Sorte von Caronte also so jemand der rund diese Akkord Anulare mit den beiden Regisseurs zusammen gegangen ist und hat erzählt er war Architekt er konnte auch sehr gut erzählen und das ist so wie eine Vorarbeit und deswegen freue ich mich sehr dass ihr auch so in Versusud diese Möglichkeit haben diese Vorarbeit wieder zu sehen weil dann glaube ich kann man auch so verstehen wie lange also wie lange ist die Arbeit so ein Dokumentar zu drehen man braucht Zeit und man braucht auch so verschiedene Leute die so ein paar Ideen haben und so mein Papa war dabei und deswegen ich freue mich dass dieses Projekt auch am Ende zustande gekommen ist Ja vielen vielen Dank für den Moment und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Sagro Gra und wir sehen uns alle nachher wieder Ich hoffe Sie bleiben auch noch ein bisschen da Grazie Mille Eccoci ist ein Film ohne inizio e senza fine ist Non so se Es ist ein Film ohne Anfang und ohne ein Ende wie man sieht Io ho una domanda per rompere il ghiaccio se la posso fare subito perché è proprio una domanda visto che come dire è stato detto all'inizio in realtà è una presentazione del libro con il film perché il progetto è un libro un film ecc quindi la prima domanda che mi è venuta spontanea tra l'altro è un film bellissimo visto al cinema io l'ho già visto sul mio computer e perde moltissimo però la prima domanda è tu hai scritto i testi che naturalmente evocano le immagini dentro di noi e il film invece si mantiene soprattutto sulle immagini come vedi questa differenza cosa perde cosa guadagna also in dieser Transposition zwischen Bildern und Worten, Geschichten und Bildern, was da mehr ist, was da weniger ist, also was daraus mehr wird und weniger. Beh, direi, parliamo soprattutto del Film. Questo è un Film che è stato costruito tutto al montaggio. Also es ist ein Film, was ganz in der, im Schnitt entstanden ist. Es hat kein Drehbuch. Abbiamo speso tre anni seguendo questi personaggi, che sono molto pochi rispetto a quelli che io ho incontrato durante il mio viaggio a piedi. Also wir haben drei Jahre zusammen verbracht, um diese Personen zu folgen, die weiter aus weniger sind als die Personen, die in meinem Buch beschrieben werden. Es war sehr schmerzhaft, so viele nicht filmen zu können, draußen zu lassen. Però poi, quello che abbiamo cercato di fare, è di proteggere questi personaggi, perché sono tutte persone che hanno delle vite fragili. Also wir wollten aber auch diese Personen schützen, weil es alle Menschen sind, die sehr fragile Lebensweisen haben. Also sehr ätherisch, sehr fragili. E quindi questo è un Film che al montaggio si è costruito come un Film a togliere, a togliere, a togliere. Also es ist entstanden im Schnitt, sozusagen, immer weniger zu werden. Also wir mussten ganz viel schneiden, ganz viel wegnehmen von dem, was dann gezeigt wurde. Also der Unterschied zwischen dem Buch und dem Film ist vor allen Dingen, weil die Orte erkennbar sind im Buch, also man ist immer sehr nah an diesem Territorium, im Gegensatz zu dem Film. Nel Film, invece, abbiamo tolto tutto quello che poteva far riconoscere i luoghi. In dem Film haben wir alles weggeschnitten, was die Orte erkennen lassen konnte. Questa è stata una scelta che è arrivata durante il montaggio. All'inizio c'erano, nel premontato, c'erano dei luoghi riconoscibili. Also das ist dann praktisch im Werden so geworden. Also am Anfang, als wir so eine Vorfassung hatten, da waren noch manche Orte erkennbar, aber dann am Ende gar keine mehr. Ich mache Ihnen ein Beispiel für alles. Als Paolo, das war der ältere Herr Herr mit dem langen Bart, zeigt auf den, auf den, die Kuppel des Doms. All'inizio c'era il Kuppel, il Controcampo. Am Anfang haben wir das tatsächlich gezeigt, wo er hinschaut. Weil man wirklich von dort den Petersdom sehen kann, also die Kuppel. Dann haben wir entschieden, das wegzunehmen. Per rimanere stretti su di lui, sulla sua vita, sui dettagli, del suo modo di indicare, e quindi proprio sulla sua storia. Weil wir enger an der Person bleiben wollten, wir wollten die kleinen Gesten zeigen, also seine Art zu zeigen, das war uns wichtiger. Und jetzt möchte ich Sie provozieren, eine kleine Provocation in den Raum. Der Film ist sehr gut angekommen im Fernen Osten. Gli indiani, russi, i koreani, die Indi, die russi, die koreane, hanno visto una Roma contemporanea che mai avrebbero immaginato. Haben ein Bild von Rom gesehen, das sie nie sich so hätten vorstellen können. Mentre invece agli amerikanerni non è piaciuto per niente. Also in den Vereinigten Staaten ist es gar nicht gut angekommen, die amerikaner haben es gar nicht gehofft. Weil man weder den Petersdom sieht, noch das Colosseum. Ja, und wie ist er bei Ihnen angekommen? Wir haben hier auch ein Mikrofon und Sie dürfen gerne Fragen stellen oder Kommentare sagen. Mit Mikro geht es, glaube ich, ein bisschen besser. Mir persönlich gefällt das Universelle, dieses Rom, die Geschichten der gewöhnlichen Menschen, die sehr ungewöhnlich sind, erscheinen, scheint mir universell zu sein. Meine Frage ist, wie hat die Jury die Preisverleihung an diese Dokumentation begründet? Grazie, grazie, grazie mille. Dunque, il presidente della Jurya era il maestro Bertolucci. Bertolucci war der Leiter der Jury in Venedig. Er hat etwas gesagt, was uns sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, dass es ein Film francescano wäre. Er hat gesagt, dass wäre ein Film im franzeskanischen Sinn, also Franziskus. Weil es eine sensibilität den Personen gegenüber hat, die im Sinne Franziskus ist. Ich habe sicher gesagt, dass eine Person wie Bertolucci, die in den letzten Tango in Paris gemacht hat, die in den Film wurden censuriert von der Kirche, das ist ein bisschen stupor. Das beeindruckt natürlich sehr, wenn jemand wie Bertolucci, der so viele Filme gemacht hat wie der letzte Tango in Paris, die von der Kirche zensiert wurden, das ist sehr beeindruckend, das von so jemand zu hören. Vielen Dank. Allora te la faccio io anche una domanda del film. Mi chiedevo, avete poi in qualche modo continuato a tenere i contatti con le persone del film? Cioè, loro hanno visto un po' il prodotto finale? oder, ich weiß nicht, wenn Sie dann wieder zurückkehren in der finalen Phase, nachdem Sie den Film montiert haben. Also die Frage ist, ob nach dem Film man den Leuten, die da auftreten, den Film gezeigt hat, ob man die Beziehung weitergeführt hat, ob es irgendwie so ein Danach gegeben hat mit den Menschen, die da auftreten. Certo, dass wir die Beziehung haben. Die meisten der Menschen, die hier auftreten, und auch einige von denen, die gar nicht auftreten, sondern nur im Buch, sind Freunde für mich geworden. Also hier kann man sozusagen nur die Quintessenz sehen, das ganz engel. Wir haben zwei Jahre verbracht mit ihnen zusammen, indem wir mit ihnen essen gegangen sind, sie mit zum Arzt begleitet haben, als sie irgendwelche Untersuchungen machen mussten und so weiter. 95% der Zeit hatten wir gar keine Kamera dabei. E questo Film ist ein Film, der auf menschlichen, zwischen menschlichen Beziehungen basiert. Però qualcuno, qualche Problem l'ha avuto. Per esempio Roberto, l'infermiere dell'ambulanza, ha avuto difficoltà sul lavoro dopo, perché è stato preso in giro dai colleghi, che probabilmente erano invidiosi. Also manche haben problemi danach gehabt, wie zum Beispiel der Krankenbegleiter, der wurde nach dem Film von seinen Kollegen, von seinen Arbeitskollegen, auf den Arm genommen wegen des Films. Also es gab Probleme. Wir mussten Roberto schützen. Wir mussten sogar mit der Leiterin von diesen 118, das ist diese, die Krankenwagen, womit man die Krankenwagen ruft, weil man sie fragen musste, dass sie ihn schützt vor diesen Angriffen. Also das war für alle sehr schwierig, auf einmal unter den Lichtprojektorenlicht, also in der Mitte der Aufmerksamkeit zu sein und dann zurückzugehen in ihre fragile Lebensweise. Aber ich fühle mich immer noch mit denen sehr verbunden. Ich hätte auch eine Frage. Auch eine Frage. Eine Vita fragile, eine Vita ai Margini. Qual ist der Rapport von diesen Personen mit der Vita in den Angriffen, mit der Roma, mit dem Raccordo Anulare, mit der Roma, die Amerikaner lieben? Also die Frage ist, wie ist das Leben dieser Menschen, die so am Rande leben, mit dem Rom, wovon die Amerikaner träumen, also das Rom innerhalb des Ringes? Vielen Dank für diese Frage. Ich sage, ja, das ist eine unsichtbare Stadt und seitdem ich dieses Projekt gemacht habe, kann ich das Wort Peripherie nicht mehr benutzen. Die Beziehung, die diese Personen mit dem sogenannten Alten Zentrum von Rom haben, ist das gleiche Beziehung, die im Alten Zentrum wohnen, mit dem Grat. Beziehung zu den sogenannten sozialen Brennpunkten oder Peripherie. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Dentro der Aurelianischen Mauer, die das Zentrum historisch betrifft, leben wenigstens mehr als 200.000 Personen. Innerhalb der Aurelischen Mauern leben 200.000 Personen. Zwischen den inneren Mauern und dem Ring wohnen, eine anderthalb Millionen Menschen. Und außerhalb des Ringes, aber immer noch in der Stadt Rom, wohnen noch eine Million Einwohner. Quindi, i nostri personaggi, e questo film parla del Centrum di Roma. So, diese Personen sind sozusagen die Mitte Roms. Und, per chiudere, c'è Sandro Veronesi, uno scrittore importante in Italia. Um auf diese Frage dann zum Schluss zu antworten. Sandro Veronesi, ein wichtiger italienischer Schriftsteller. Er hat gesagt, das Zentrum von Rom ist steril geworden. Es produziert nichts mehr. Währenddessen die Außenbezirke, also dieser Übergangsland, Terra di Raccordo, ist ein frenetisches Land, das noch nicht geboren ist. Und, wenn man so weiter macht, sozusagen, ist in der Peripherie das, was geschieht, währenddessen das Zentrum eine Art Wüste ist, weil es eine Verwüstung gleichkommt. Also, die meisten Menschen, der Film und das Buch erzählen, die nie in das sogenannte Zentrum von Rom. Also, die bleiben dort. Das Interessante ist, dass alle vom Zentrum von Rom, von dieser unendlichen Schönheit sprechen, und das ist auch gut, aber niemand spricht über dieses sogenannten Übergangsland, also über dieses andere. Ich glaube, dass dies eine Frage, die alle großen Stadt europäische Städte betrifft. Und das ist etwas, was alle Großstädte in Europa betrifft. Vielen Dank. Der Film ist sehr schön und sehr berührend. Denken Sie nicht, dass es vielleicht ein falsches Bild von Italien vermitteln könnte, wenn das irgendwie in der Welt gezeigt wird? Grazie per la domanda. No, non penso che dia un'immagine distorta, anzi, penso che finalmente si comincia a raccontare una città che nessuno prima aveva raccontato. Vielen Dank für die Frage. Nein, ich denke, jetzt fängt man an die Geschichte einer Stadt, die früher nie erzählt wurde. Das ist so. Das ist so. Das ist so in Italien. Das ist so. 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 das so. Das ist 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 so. Das heißt. Das heißt. Für uns war nicht wichtig. Ein Plan von dem Stadtring zu machen. Okay. Ich habe eine zweite Frage. Ich fühlte mich auf eine bestimmte Weise die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, die man hier spürt, an Pia Paolo Pasolini erinnert, auch in vielen der abseitigen Szenen oder der abseitigen Wirklichkeit. Ich habe eine Idee, warum die Amerikaner den Film nicht mögen. Stichwort ist Fiction, Non-Fiction. Ich glaube, Europa hat mehr Interesse oder eine größere Affinität zu Non-Fiction. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das vielen Asiaten ähnlich geht, was die Rezeption des Filmes angeht, des Erfolges angeht. Meine Frage ist, es gab, wie ich hörte, in Italien einen großen Diskurs nach der Preisverleihung. Können Sie etwas über den Verlauf dieser Diskussion der inneritalienischen Debatte sagen? Grazie. Beh, intanto, solo fare un Paragone lontano con Pasolini, sta facendo un Complimento. Incredibile. Ich la ringrazio tantissimo. Also vielen Dank. Und auch wenn man ganz wenig noch mit Pasolini in Vergleich anstellt, das ist ein riesen Compliment. Vielen, vielen Dank. Ich denke, dass ich so nahe zur Realität bin, ist sehr schwierig, sehr mühsam und Pasolini war ganz nah an der Realität dran. Die Diskussion, die in Italien nach der Preisverleihung war, ist diese. Also viele haben gesagt, dass die Person hier eine Rolle gespielt haben. Die anderen haben behauptet, und wir sind diejenigen, die das behaupten, dass die Person praktisch keine Rolle spielen, sondern sich selbst darstellen. Das ist Kino und nach Jahren, die wir mit ihnen verbracht haben, wussten wir ganz genau, welche Abschnitte aus deren Leben wir zeigen wollen. Es ist klar, dass wenn man da mit der Kamera steht, die Menschen eine Rolle, wenn auch sich selbst spielen, immer sich spielen und etwas wiederholen, was sie sonst auch machen. Aber wir haben nie die Menschen gefragt, irgendetwas zu tun, was sie nicht gewöhnlicherweise auch getan haben. Also wir haben sie nie danach gefragt. Und das ist eine sehr, also sehr subtile Grenze und viele haben uns deswegen in dieser Debatte attackiert, also die haben uns kritisiert. Okay. Mir brennt die ganze Zeit eine Frage auf den Lippen, deswegen stelle ich sie jetzt mal illegalerweise dazwischen, aber dann nehme ich gleich das Mikro ab. Ich würde gerne mal wissen, was denn das alles für die Entwicklung der Zukunft der Städte bedeutet. Also was hat die Peripherie oder was haben die Außenbezirke von Städten, die es in vielen europäischen Großstädten tatsächlich gibt, denn für eine Bedeutung für die Stadtentwicklung der Zukunft? Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Das ist sehr wichtig. Ich denke, wenn man ein Projekt hat, muss man erst mal lernen, zuzuhören. Also das ist zum Beispiel anders als bei Architekten und Stadtplanern, die hören, für gewöhnlich haben sie dieses Zuhören nicht mit dem Begriff in ihrer Arbeit. Das spielt eine geringe Rolle. Es ist aber auch wahr, dass nach der Preisverleihung in Venedig, ich war in allen möglichen italienischen Uni-Architektur-Fakultäten eingeladen in Italien, weil die etwas mehr verstehen wollen davon. Also die wollen einfach verstehen worum es geht. Also ich denke, dass man immer noch an Calvino sehen kann, wie man über die unsichtbaren Städte denken kann. Und ich weiß, dass in Deutschland Calvino sehr gelesen wird und ich freue mich deswegen, dass hier auch noch mal zu betonen. Architetto, posso disturbarla? Non sono un architetto. Beh, paesaggista, so che tendete a precisare, anche perché volete fare un albo diverso, o almeno in alcuni paesi, comunque sia. Lei ha fatto, sia all'inizio del film che alla fine, un riferimento al progetto politico di Nicolini, dell'architetto Nicolini, dell'estate romana, che era un progetto di mandato nel momento in cui Nicolini è stato alla giunta del Comune di Roma. Lei fa questo riferimento e da progettista nel film io vedo un rilievo, un rilievo dal punto di vista tecnico. Lei ha rilevato le emozioni di una serie di persone che vivono in un determinato contesto della città di Roma. E le emozioni da progettista, secondo me, sono il frutto di uno stato urbano. Sì. Prego. Sì, forse è meglio tutta la domanda, così capisco, poi dopo ho traduto. Le emozioni che lei ha raccolto nelle immagini sono il frutto di quello che quelle persone provano vivendo in determinati ambienti. Lei, oltre ad averlo rappresentato, comparandolo al progetto politico di Nicolini, Qual è il suo fine ultimo, il progetto a lungo termine, oltre a quello di farlo presente a questa platea o a tutte le platee che ha visitato, o comunque sia che ha avuto modo di confrontarsi con loro? Also die Frage ist etwas schwierig, wenn ich mir das erlauben kann, weil es sehr komplex ist, aber ich versuche das zusammenzufassen. Es werden zwei, am Anfang und am Ende, zweimal sozusagen Nicolini, der als Architekt die Sommernächte in Rom entworfen hat, wird am Anfang und am Ende des Films doppelt zitiert und wie verbindet sich dieses Projekt, was Bassetti und Rose in dem Film und in dem Buch gemacht haben, mit diesem politischen Projekt. Also was haben dieses gemeinsame, dieses zeigen, dieses zeigen von diesen Menschen als ein Status der Dinge, wenn ich das so sagen kann, und dieses politische Projekt von Nicolini. Ist das so? Ma io purtroppo non posso rispondere alla tua domanda. Ich kann leider nicht auf diese Frage antworten. Und ich sage auch warum. Weil ich nicht den Film gedreht haben, den hat Gianfranco Rosi gedreht. Ich habe ein Viaggio a Piedi, habe gefunden, die Storien, le habe offerte a Gianfranco Rosi Ich habe eine Reise zu Fuß gemacht und habe Geschichten gesammelt, die habe ich dem Regisseur, Gianfranco Rosi, angeboten. Und das gleiche habe ich auch mit dem Buch gemacht. Ich habe das nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit einem Schriftsteller. Ich habe auch Fotos gemacht und die habe ich mit einem Fotografen gemacht. Oltre a Renato Nicolini, che faceva molto meglio di me le stesse cose che ho fatto io, se trovi un altro architetto che ha fatto come me e Nicolini, presentamelo perché sono felice di conoscerlo. Also, die Frage ist... Wenn man ein Projekt macht, hat man dahinter ein Ziel, ein Zweck und stellt sich etwas vor, wenn man erst mal projektiert, was man vorhat. Ich habe mich verirrt in diesen Gegenden. Ich hatte keine Ahnung was mich erwartet, was ich finden werde. Also, das, was ich immer sage, den Leuten, die die Geduld haben, zu kommen und zu hören, was ich zu sagen habe, ist, gehen Sie aus dem Haus und schauen Sie sich um, hören Sie zu. Also, versuchen Sie sich von den Gefühlen leiten zu lassen, von den Farben, von den Geräuschen. Lassen Sie alle Vorurteile, alle Sicherheiten, die Sie haben zu Hause und verlieren Sie sich in dem, was Sie für gewöhnlich als Alltag haben oder betreten. Also, die Frage ist davon ausgegangen, dass es ein Projekt gegeben haben soll. Das war die Frage am Anfang. Ich hatte überhaupt kein Projekt. Ich habe mich einfach gehen lassen und habe alles aufgesammelt. Das ist wie ein Projekt aus Scherben. Und ich habe gesammelt, aber ich habe sie nicht wieder zusammengesetzt. Ich glaube, schöner können wir nicht mehr aufhören als so. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt trotzdem noch sehr viele Fragen, aber wir können bestimmt nicht mehr alle beantworten. Vielleicht gibt es Buch eine Antwort drauf oder Sago Grabe vs. Sud mit dem Tutti Tanti Cotori Possibile als Vorfilm, der nochmal eben die Reise zeigt, die Roberto Nicolini und... Renato Nicolini. Renato Nicolini. Renato Nicolini. Renato Nicolini. Entschuldigung. Renato Nicolini. Renatoin. Renato Nicola diede nicht. Cool. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Renato Nicolini. Renato Nicolini. basm hatırindo. heel ud. Vielen Dank.